In dem braunen ist dann das weiße Reiskörn, oder? Ja, ja, richtig. Weiß, weiße Reiskörn da drin. Also in dem braunen ist das weiße Reiskörn? Genau, ja. Ja, da kannst du aufmachen, wenn du willst, da ist in Ordnung. So, die zeigt auch. Ah, wo ist es? Guck. Ist weißer, weißer Korn drin. Ist gut. Und dann werden die gekocht und dann werden sie weiß. Ja, richtig. Ist es nicht weiß gerade da? Es ist weiß, ne? Ja, schon. Manchmal halbdusch-sichtig, manchmal auch, ja. Das ist gut. So wird das dann gemacht, damit das dann gleichmäßig trocken wird. So, die viele Körner, ja. Ja, das kann sein, aber die werden dann auch zum Markt gebracht, zum Verkaufen, ja. Ja, also von der anderen Familie. Ja, also von der anderen Familie. Wir gehen da weiter. Spaziergang bis das Dorf, ne? Ja, also von der anderen Familie. Hallo. Hallo. Freuen sich die Kinder durchzusehen. Da werden die, da wird Reis hier abgespeichert, ja. So, nach der großen Erntezeit werden alle Reiskörner hier abgespeichert, ja. Das heißt, diese Gebäude, ja, aus Bambus, ja. Da sitzen unten, ja, da sitzen unten hier Leute zum Mittagzeit auf der, nach der Arbeit, ja. Und unterhalten sich dann unterhalten sich dann unter allen Anbau. Ja, ja, jetzt manchmal leben die Leute auch da. Die Kinder können auf Englisch reden, du. Ja, ja, jetztupid. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schönen, ja. Okay? Wahnsinn. Ja, sicher. Ende des Monats wird es schon fertig, meint er. Vielleicht in zwei Jahren. Ja. Obwohl, da muss ja nur noch ein Bett neu. Ja. Weil es für Touristen ist, ne? Und am besten auch so mit diesem Holz. Ja. courses waren. Vielen Dank.